Wie viel, wenn man alle 18 umsetzt, wie viel würde dann im Vergleich rauskommen? Heute zeigt uns Steuerexperte Christian Gebert, wie man auch ohne Gehaltserhöhung durch ein paar einfache Tricks deutlich mehr netto vom Brutto übrig hat. Das ist total underrated und wird aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt. Wie man als Remote-Arbeitskraft auch im Homeoffice von cleveren Benefits profitieren kann. Homeoffice-Kosten für den Internetanschluss zum Beispiel kann man auch erstatten. Und last but not least, wie dein Chef dir deine Urlaubskasse aufhören kann. Also Erholungsbeihilfe sollte man machen. Das sind Euro, die man pro Jahr mit zuschießen kann zu einem Urlaub. Ich sage, umso, sage ich mal, erfolgreicher im finanziellen Sinne man ist, umso mehr muss man sich mit Steuerberatern rumschlagen. Was sagst du dazu? Ja, da ist was dran. Also Steuern zählen, ja. Je mehr Gewinn man macht, desto mehr Steuern zahlt man. Und je mehr man verdient, desto mehr Abgaben gibt es. Und umso mehr ist dann vielleicht der Anreiz da, sich mal darüber zu unterhalten, was kann man denn vielleicht sparen? Würdest du sagen, dass das auch so ist, dass vor allem UnternehmerInnen und auch ArbeitgeberInnen zu dir kommen, die vor allem ein höheres Gehalt haben? Oder ist es total unterschiedlich? Ja, also das kann man natürlich schon sagen. Also wir haben uns natürlich auf Unternehmen spezialisiert. Aber die Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen, die spielen da natürlich auch eine große Rolle, weil die Unternehmen natürlich auch möglichst wenig Abgaben zahlen wollen und zum Beispiel möglichst hohe Auszahlungen an die Mitarbeiter leisten wollen und nicht so viel vorher an Steuern und so weiter verlieren wollen. Deswegen ist das eigentlich für jede Gehaltsgruppe relevant, das Thema. Und ich glaube, die Punkte, über die wir heute sprechen, die sind natürlich für die Unternehmen relevant, aber vielleicht auch für Mitarbeiter, die dann vielleicht mal ihren Chef oder ihre Chefin ansprechen sollten. Hey, diesen Punkt will ich vielleicht auch als Gehaltsbestandteil haben. Absolut. Wir, ich muss sagen, ich selber mache ja jetzt mit Rehan gemeinsam bei uns, sage ich mal, den ganzen Finanzpartner. Wir machen das nicht nur für Snox GmbH, sondern auch Snox Halting, unsere Immobilienfirma, als auch irgendwie meine Personal Brand. Und ich muss sagen, in der letzten Zeit, in dem wir den Deal eigentlich gemacht haben, die letzten zwei Jahre, habe ich immer mehr mit Steuerberatern zu tun. Inzwischen haben wir, würde ich sagen, drei, vier verschiedene, unter anderem ja auch du, seit jetzt zwei, drei Monaten, weil du uns echt viel helfen konntest. Und darum soll es heute gehen, wie wir es schaffen, sage ich mal, unsere MitarbeiterInnen möglichst viel irgendwie brutto gleich netto möglichst hinzubekommen, was man irgendwie als Firma machen kann, aber auch aus Arbeitgebersicht. Was, würdest du sagen, muss jedes Unternehmen machen, dass die Mitarbeiter viel netto am Ende haben? Also ich habe, wenn wir jetzt über alle Punkte sprechen, hätte ich eine Liste von 18 Punkten. 18 Punkten. Das heißt, wenn man das ganz genau nimmt, hat man einen Anstellungsvertrag, in dem drinsteht, das Gehalt beträgt X. Und zusätzlich gibt es 18 weitere Vergütungsbestandteile, die gewisse Vorteile bringen, weil die natürlich zu einer höheren Auszahlung führen, als wenn man einfach nur das Gehalt so gelassen hätte. Schaffen wir alle 18, das ist eine gute Challenge. Ich glaube, also wir werden sehen, aber das wird herausfordernd. Aber wir können uns ja mal auf die Wesentlichen fokussieren. Es gibt zum Beispiel einen Punkt, das ist aus meiner Sicht echt ein No-Brainer. Der bringt auf der anderen Seite nicht so viel, aber immerhin. Es sind nämlich 50 Euro im Monat, die man steuerfrei und ohne Sozialversicherungsabgaben an die Mitarbeiter auszahlen kann, wenn es sich um Sachbezüge handelt. Also wenn man sich dafür entscheidet, dafür, dass du hier die Arbeitsleistung erbringst, bekommst du in dem Fall nicht eine Geldauszahlung, sondern einen Sachbezug von bis zu 50 Euro im Monat. Und jetzt ist aber das Gute, dass der Gesetzgeber oder das Finanzamt bei der Frage, was ist ein Sachbezug, mittlerweile relativ zugänglich ist und da relativ viel akzeptiert. Und zum Beispiel auch, das ist eigentlich das Modell, was man nutzen sollte, dass man so eine Art Kreditkarte an die Mitarbeiter gibt. Und diese Kreditkarte hat dann gewisse Beschränkungen. Die darf man, dieses Geld, was auf der Kreditkarte ist, darf man nur ausgeben, um eben Sachen zu kaufen. Ja, damit kann man kein Geld abholen. Und das ist auf so eine bestimmte Region beschränkt, die aber auch relativ großzügig ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel das für Mannheim machst, bin ich ziemlich sicher, du könntest damit auch in Heidelberg einkaufen. Und das ist natürlich letztendlich auch wie Geld. Nur, dass man eben nicht 90 Euro aufwenden muss, um dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin 50 Euro zukommen zu lassen, sondern es gibt halt 50 gleich 50, genau. Wir machen das ja mit Eden Red, haben wir das schon vor Jahren eingeführt. Ich habe gehört, es gibt jetzt noch einen günstigeren oder einen besseren Anbieter, ohne Eden Red jetzt loszustellen, aber hier im Podcast geht es um Content und Tipps. Wie würdest du das konkret umsetzen? Ja, also ich mache hier natürlich keine Werbung, ich habe auch keine Kooperation. Wir nutzen zum Beispiel Giffey, die finde ich ganz cool, weil die halt günstiger sind als alle anderen. Also meine Recherche hat damals ergeben, die sind die günstigsten und das Angebot ist halt bei allen eigentlich gleich. Du hast eine Kreditkarte, das ist in der Regel eine Mastercard, die wird fast überall akzeptiert und dann ist das auf ein bestimmtes Postleitzahlengebiet beschränkt und dann Feuer frei, let's go. Und was halt auch cool ist, finde ich zumindest so aus Sicht des Brandings für das Unternehmen, dass du zum Beispiel auf die Kreditkarte dann auch dein Firmenlogo drauf drucken lassen kannst, damit irgendwie bei jedem Einkaufmann dran erinnert wird, hey cool, das habe ich von meinem Arbeitgeber bekommen. Letztens, kurze Anekdote dazu, ein Mitarbeiter hat mir nämlich letztens so im Dezember mir erzählt, dass er komplett vergessen hat, dass er ja diese Schnox-Kreditkarte hat und dann waren da irgendwie über 1000 Euro drauf und dann ist er zum Wempe hier in Mannheim und hat seiner Mutter eine Goldkette gekauft. Mega, ja. Und dann war ich so, ja siehst du, das ist so Geld, mit dem man nicht rechnet oder so einen Hinterkopf hat und bei uns ist es wirklich einer der meistgenutzten Benefits oder auch positiven genannten, was ich wirklich nur empfehlen kann. Ja, man kann es halt auch ansparen, wie du sagst, das ist halt echt ganz cool. Was halt wichtig ist, es ist halt so eine Freigrenze, das heißt, wenn du mehr als 50 Euro im Monat dann an irgendwelchen Sachleistungen an die Mitarbeiter gewährst, hast du ein Problem. Wenn du diese 50 Euro schon ausgereizt hast durch die Kreditkarte und dann würdest du zum Beispiel sagen, hey, jetzt gibt es noch Pizza und du kannst nicht nachweisen, warum es jetzt diese Pizza gibt, weil es vielleicht einen besonderen betrieblichen Anlass gibt, weil man irgendwie eine Nachtschicht einlegt oder so und dann kann es zu Schwierigkeiten kommen, also muss man schon so ein bisschen dann vorsichtig sein, dass man am Ende nicht vielleicht Nachzahlung hat bei Betriebsprüfungen. Haben wir 1 von 8 sind geschafft oder gibt es noch was hinzuzufügen? Nein, nein, also wir können dieses, da können wir jetzt 2, 3 Punkte vielleicht ganz locker dranhängen. Sachbezug haben wir ja gerade gesprochen, muss man halt schauen, dass es ein Sachbezug ist. Was man noch sagen kann zum Geburtstag und zu besonderen persönlichen Anlässen, kannst du nochmal 60 Euro von diesen Sachbezügen. Jeweils oder insgesamt dann? Ja, pro persönlichem Anlass, also das ist zum Beispiel der Geburtstag, das ist der Hochzeitstag, ist es nicht, aber die Hochzeit, es ist die Kommunion, Geburt des Kindes und solche Sachen, ja. Das sind immer Punkte, wo man halt sagen kann, hey, da kann man 60 Euro gewähren, klassischerweise könnte das ein großer Blumenstrauß sein oder eben du lädst halt auch diese Karte auf. Das heißt, kann ich dann 12 mal 50 Euro den Standardsachbezug, sind 600 Euro, machen, plus nochmal einmal im Jahr 60 Euro on top für das Geburtstagsgeschäft. Ja, genau, richtig. Sind wir bei 660. Ja, genau. Geil. Ja, also ich meine, das ist jetzt wieder so ein kleiner Effekt, aber es geht noch weiter. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, hey, ich will eigentlich mehr machen an Sachbezügen. Ja. Und da gibt es eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit, wenn man diese Grenzen überschreitet und da drüber kommt, gibt es die Möglichkeit, das pauschal zu besteuern. Also du kannst trotzdem Sachleistungen an die Mitarbeiterinnen geben, aber musst das dann halt pauschal besteuern. Die pauschale Steuer beträgt 33,75 Prozent für Personen, die entweder das Unternehmen beherrschen, also klassischerweise der Geschäftsführer oder Leute, die sehr hohe Gehälter verdienen und dann eben schon über der Beitragsvermessungsgrenze liegen. Das sind Gehälter über 7300 Euro. Da gibt es so Steuerberater, die sagen dann, hey, setz doch deine Rolex von der Steuer ab. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, diese Werbung. Und das steckt da eigentlich dahinter, dass man halt sagt, komm, ich gebe dir irgendwas Teures, was 10.000 Euro kostet, wie beispielsweise eine teure Uhr, könnte auch ein Goldbarren sein, ist auch ein Sachbezug. Und das musst du nicht versteuern, das mache ich für dich mit dieser 33,75 Prozentigen Steuer. Das klingt erstmal hart, 33,75 klingt jetzt nicht so nice, aber überleg mal, wenn das ganz normales Gehalt wäre, was dann noch so kommen würde, ja, Spitzensteuersatz sind mit Soli im schlimmsten Fall 47,5 Prozent, da finde ich, ist das eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, da noch für sehr gut Verdienende noch on top was mitzugeben. Würdest du also empfehlen, jetzt als Geschäftsführer, ich habe irgendwie eine E-Commerce-Filme, mache irgendwie 5 Millionen Euro Jahresumsatz, habe keine Ahnung, ein Gehalt von, dass wir es leicht rechnen können, 100.000 Euro, da habe ich ja wahrscheinlich so um die 40 Prozent wahrscheinlich Steuersatz, so bei 100.000 Jahresgehalt. Wenn du nicht verheiratet bist, bist du im Spitzensteuersatz schon bei 42 plus Soli, ein bisschen mehr, ne? Also bedeutet es, bevor ich von 100.000 Jahresgehalt auf 110.000 Euro hochgehe, ist es sinnvoll, 100 zu lassen und 10.000 Euro Sachbezug, weil dann zahle ich nur 33 Prozent Steuersatz. Definitiv und, du musst es halt auch so sehen, diese pauschale Steuer, diese 33,75 Prozent, kannst du bei deiner GmbH dann zum Beispiel auch wieder als Personalkosten absetzen und sparst damit auch Steuern. Wenn man das mal wirklich haargenau ausrechnet, ist die Steuerersparnis höher als das, was du eigentlich für diese pauschale Steuer ausgibst. Also das ist eigentlich auch für den Geschäftsführer ein No-Brainer, diese 10.000 Euro sich zu gewähren als Sachbezug. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr und da muss man halt aufpassen, wenn einem die Firma gehört, dann gibt es relativ strenge Anforderungen daran, wie das im Vertrag geregelt ist. Also da musst du halt wirklich aufpassen, dass du das im Voraus regelst, dass das im Anstellungsvertrag sauber formuliert ist, dass das eine Gegenleistung für deine Arbeitskraft ist, aber dann funktioniert das und man hat da echt, ja, letztendlich einige Tausend Euro im Jahr allein deswegen schon gespart, weil es wie eine steuerfreie Entnahme aus dem Unternehmen. So kann man das vielleicht auch ganz grob zusammenfassen. Geil. Jetzt haben wir drei Tipps schon mal. Drei von 18. Also Sachbezug, Kreditkarte, Geburtstagsgeschenk und besondere Anlässe 60 Euro und bis zu 10.000 Euro muss man zwar Steuern zahlen, aber deutlich weniger. Ja, ja, genau. So, dann lass uns mal noch einen machen, der echt für alle relevant ist und da sollte, glaube ich, auch jeder, der irgendwo angestellt ist, wenn jetzt eine Gehaltserhöhung ansteht, das mit im Kopf haben. Also das wissen ja wahrscheinlich alle deiner Zuschauerinnen, dass es diese 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie gibt und die gibt es ja immer noch bis Ende 2024 und jeder, der die noch nicht ausgeschöpft hat, sollte das echt machen. Und was halt auch cool ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen gekommen durch die großen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und bei der Post und so, das erlaubt das Finanzamt auch, dass du zum Beispiel sagst, hey, du kriegst jetzt eigentlich eine Gehaltserhöhung von 200 Euro, aber die kriegst du erst ab 1.1.25 und bis dahin zahle ich dir jetzt zum Beispiel monatlich die 200 Euro als Inflationsausgleich. Das wäre zulässig momentan. Das heißt, überall, wo jetzt eine Gehaltserhöhung ansteht, wäre es eigentlich, und da ist dieser Inflationsausgleich noch offen, wäre es eigentlich schlau zu sagen, ey, komm, wir machen das ab 1.1.25 und bis dahin machen wir erstmal den Inflationsausgleich weg, weil das ist halt wirklich auch... Da ist wirklich Brutto-Gleichschnitt. Ja, genau. Und vielleicht, das will ich mal vorweg schicken, das Unternehmen hat sonst 20% Abgaben für den Lohn, den er zahlt an die Mitarbeiter und man weiß ja selber, wenn man eine Lohnerhöhung bekommt, bekommt man 100 Euro mehr, kommt vielleicht auf dem Konto 60 Euro an, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel man jetzt schon verdient, aber ist eigentlich nicht so sexy, ja. Und deswegen sind diese ganzen Themen, über die wir jetzt sprechen, echt von hoher Tragweite, finde ich. Voll. Vielleicht auch da, es sind ja auch einige Freelancer oder sage ich mal Leute, wo sagen wir, boah, jetzt 3.000 auszahlen bis Ende 2024, weiß ich noch nicht. Selbst dann würde ich empfehlen, ohne jetzt Steuerberater zu sein, es auszuzahlen und dann lieber wieder als Darlehen reinzubringen, weil dann ist es, ja, versteuert, weil Ende 2024 ist, sage ich mal, die Möglichkeit weg. Ja, ich sehe schon, du bist da, also irgendwie muss ich dich wahrscheinlich immer noch als Praktikanten einstellen, als Steuerberater, ja. Du hast immer gute Ideen, aber wirklich, könnte man echt überlegen, wenn man zum Beispiel jetzt Geschäftsführerin ist, ja, und du brauchst die Kohle eigentlich nicht, dass man sich das trotzdem auszahlen lässt, Steuern spart und man kann es ja als Darling wieder in die Firma zurückgehen, also wunderbar. Und dann kannst du es verzinsen noch lassen, weil die Firma dir privat Geld schuldet. Ja, ja. Wäre eine gute Idee. Okay, okay. Jetzt haben wir vier, gehen wir zu fünf. Ja, ja. Okay, ähm, sagen wir mal, Fahrtkosten. Ja. Fahrtkosten, ich meine, wir sind in der Welt mit Homeoffice und so weiter, aber trotzdem, ihr habt zum Beispiel ein echt geiles Büro in Mannheim. Ich habe hier viele Leute rumlaufen sehen, also es gibt ja echt das immer noch, dass man irgendwie ins Büro fährt. Und da hat man natürlich Fahrtkosten. Und alle wissen, wenn ich Fahrtkosten habe, kann ich in meiner Steuererklärung was wiederbekommen. Das stimmt auch, aber es gibt da so eine gewisse Grenze. Man muss über 1.230 Euro an Kosten kommen, um überhaupt einen Steuereffekt davon zu haben, dass man Fahrtkosten hat. Also die Ersparnis ist für jemanden, der eben irgendwo arbeitet und dahin fährt, gar nicht so hoch. Und deswegen sollte man echt überlegen, ob man nicht sich die Fahrtkosten vom Unternehmen erstatten lässt. Und das ist echt cool, weil da kann man 30 Cent je Kilometer bis 20 Kilometer und darüber hinaus 38 Cent je Kilometer bekommen. Und das heißt, ich weiß nicht, wie weit jetzt zum Beispiel Heidelberg weg ist, ich sage jetzt einfach mal 50 Kilometer, wenn du das dann mal ausrechnest und du sagst, es gibt auch so eine pauschale Regel, dass man sagt, das Finanzamt akzeptiert ist, wenn man einfach davon ausgeht, 15 Tage im Monat fährt man in das Office und der Rest kann dann auch Homeoffice sein, dann kommt man da locker auf, bei 50 Kilometer habe ich es mal ausgerechnet, kommt man bei 226 Euro pro Monat raus, die man als Fahrtkostenzuschuss einfach zack an die Mitarbeiter auszahlen kann. Auch steuerfrei. Das einzige Nachteil ist, das Unternehmen muss 15 Prozent pauschale Steuer zahlen, also auf die 226 Euro zum Beispiel, müsste das Unternehmen 15 Prozent abgeben. Aber das ist gar nicht schlimm, weil du sparst 20 Prozent Sozialversicherungsabgaben und musst dafür 15 Prozent pauschale Steuern zahlen. Also am Ende bist du immer noch besser als vorher. Das muss ich mir direkt aufschreiben. Ja? Das habe ich noch nie gehört, dass das so funktioniert. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der sagt, ich will das unbedingt in meiner Steuererklärung ansetzen, meine Fahrtkosten, könntest du da auch dazu übergehen, diese Fahrtkosten mit 25 Prozent pauschal zu versteuern, dann kann der Mitarbeiter das trotzdem in seiner Steuererklärung absetzen. Das ist eigentlich nicht so sehr schlau, aber manchmal gibt es so Fälle, dass die darauf bestehen, ja, und dann wäre das auch ein Weg. Kann ich dann trotzdem, weil bei uns ist ja der Fall, dass die Leute einmal im Monat zum Beispiel nach Mannheim kommen können und da zahlen wir die Zugtickets und so weiter. Ja, du musst halt immer schauen, also mit diesen 15 Tagen pro Monat, das ist natürlich so eine allgemeine Regelung, die das Finanzamt dir gibt. Ja. Die darf aber nicht offensichtlich unzutreffend sein. Also wenn jetzt jemanden hast, der ist oder die ist halt die ganze Zeit im Homeoffice, kommt einmal im Monat zu euch, dann ist ja auch eher der Tätigkeitsort im Homeoffice. Dann würde das streitanfällig sein, denke ich, wenn du dann diese 15 Tage durchziehst. Aber wenn das so ein bisschen freigestaltet ist und sich regelmäßig Aufenthalte im Büro ergeben, dann ist das völlig, völlig fein. Aber dann darf ich dem Mitarbeiter in nicht zusätzlich noch was anderes. Also da darf ich keine Zugtickets oder so. Genau, weil dann ist es halt so, wenn die im Homeoffice sind, dann ist ja dort der Ort der ersten Tätigkeitsstätte und dann hast du die Chance, wenn die ins Büro kommen, das denen als Reisekosten sowieso zu erstatten, ohne dass du auch diese pauschale Steuer zahlen musst. Da muss man halt immer abwägen, wie oft sind die hier und so. Das muss dann, glaube ich, im Einzelfall sich einfach mal überlegt werden. Aber wenn das so plus minus 200, 250 Euro sind, im Jahr sind auch wieder 3.000 Euro. Ja, na definitiv. Also das ist super gut, ja. Okay, dann natürlich... Wir sind gut on track, muss ich sagen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob wir die 18 Tipps noch schaffen, wenn wir es schauen. Na ja, Essen. Ja, also es ist natürlich... Essen, Bange! Ich muss sagen, von dem Tipp jetzt, Essensmarken bin ich nicht... Das steht zum Beispiel bei uns nicht drin, weil es mir ein bisschen zu viel Aufwand ist. Aber ist eigentlich auch ganz nice, du kannst da bis zu 107 Euro sind es, glaube ich, im Monat, wenn du es genau nimmst, Essensgutscheine an die Mitarbeiterinnen ausgeben. Und das geht halt auch über so eine App. Das hatten wir ja gerade schon, da gibt es verschiedene Anbieter. Die bieten eine App an, da kannst du... Das sind 7,23 Euro pro Tag für Essen fördern, ja. Und das geht auch an 15 Tagen im Monat. Also 15 mal 7,23 Euro wäre letztendlich der Steuervorteil. Das sind gute 100 Euro. Und die Bedingung ist, dass es eben wirklich für Essen ausgegeben wird. Und das heißt, es muss 15 mal im Monat dann eben ein Scan erfolgen, beispielsweise von einer Pizzarechnung. Und dann wird das in der App abgelegt. Und aus dem HR muss dann halt einfach einmal jemand im Monat das durchgucken. Hey, hat der da wirklich Essen gekauft? Oder hat der jetzt Zigaretten gekauft oder so? Das ist halt das, was die Kontrolle bedarf. Und da sagen halt manche, boah, das ist mir zu viel Aufwand. Aber wenn das vielleicht eh, wenn es da eh Ressourcen gibt, und ich glaube, diese Apps wären auch immer schlauer, dass es da eine KI gibt, die das schon so ein bisschen vorcheckt und das dann einfach nicht mehr so aufwendig ist, das zu prüfen, dann kann das auch ganz nice sein. Und da ist es so, dass du 3,10 Euro steuerfrei gewähren kannst. 4,13 Euro, da musst du eine pauschale Steuer abführen für 25 Prozent als Unternehmen. Also insgesamt bei 12,5 plus minus dann auf den Betrag, wenn man das so umgeht. Ja, genau. Also das ist immer, und da ist ja auch wieder der Punkt, okay, 25 Prozent pauschale Steuer, ja, blöd. Aber du sparst ja auf der anderen Seite 20 Prozent Sozialversicherungsabgaben. Also das ist nur ein bisschen mehr als sonst. Und die Mitarbeiter haben das halt steuerfrei. Auch ganz nice, finde ich. Also sind wir aber da im Jahr maximal bei 1.200 Euro irgendwie. Ja, du tust das jetzt so ab. Ist ja schon ganz nice eigentlich. Ja, ist voll nice. Ich will nur, sage ich mal, alle Maßnahmen so ein bisschen benchmarken. Da sind wir bei 1.200 Euro. Und da mit einem durchschnittlichen Steuersatz bei 15 Prozent. Nachteil relativ aufwendig. Aber kann sich natürlich schon läppern. Wenn ich mir überlege, dass wir da drauf, also bei 130 Vollzeitleuten bei uns, 1.200 Euro, jetzt sind 100.000 Euro im Jahr so. Finde ich auch spannend. Das wurde mir auch schon zweimal gepitcht von unserem Finance-Team, ob wir das nicht machen wollen. Jetzt habe ich es auf jeden Fall final verstanden. Ja, genau. Kommen wir zur Nummer 7 sind wir, glaube ich. Okay, wenn man dann zu viel Pizza bestellt hat und vielleicht sagt, hey, jetzt will ich was für die Gesundheit tun, dann musst du natürlich an ein Dienstfahrrad denken. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, wo du sogar sagen kannst, hey, da verzichtet vielleicht jemand auf sein laufendes Gehalt und wandelt das um, um dafür lieber das Dienstfahrrad zu bekommen. Sonst bei allen anderen Maßnahmen, über die wir hier sprechen, ist es in der Regel so, dass es on top zu dem laufenden Gehalt kommen muss. Aber könnte man zum Beispiel bei Neueinstellungen ja ganz gut regeln, indem man vielleicht das Bruttogehalt ein bisschen niedriger ansetzt und dafür eben diese ganzen Benefits mit dazu packt. Also Fahrrad ist echt cool, weil das ist wirklich steuerfrei. Also du kannst da wirklich das coolste Rennrad und so weiter teurer kriegen. Auch für 20.000 Euro ein Fahrrad kaufen? Ja, ich sage mal, da gibt es, wenn du so den Jagdinstinkt des Finanzamts wecken willst, dann kaufst du dir da ein vergoldetes. Ich glaube, Mercedes macht auch Fahrräder für echt viel Geld, keine Ahnung. Aber eigentlich gibt es da keine Grenzen, also zumindest laut Gesetz nicht. Ja, und es gibt eine Grenze, wenn es halt ein E-Bike ist, geht auch so ein Pedelec, wo man selber noch treten muss. Wenn es halt so ein richtiges E-Bike ist, was alleine fährt, dann bist du wieder in der Dienstwagenbesteuerung. Und ja, aber das ist halt cool, weil du kannst es einfach kaufen als Unternehmen, den Mitarbeitern bereitstellen, da muss gar nichts versteuert werden. Also das ist halt auch richtig, richtig gut. Und du kannst sogar bei günstigen Fahrrädern, die bis zu 500 Euro kosten, kannst du die Vorsteuer auch komplett behalten als Unternehmen. Dann kaufst du das eben so, aber mein gut, 500 Euro für ein Fahrrad ist ein bisschen wenig. Also tendenziell wird man sagen, hey, okay, ich muss es halt kaufen und kann die Vorsteuer mindestens zurückholen. Ist das dieses Thema Jobrat auch? Weil das haben wir auch bei uns. Bei uns ist es aber trotzdem wie so ein Leasingvertrag, was sie jetzt nicht auf einmal... Also viele nutzen das natürlich mit diesem Leasing. Aber du kannst einfach auch in den Fahrradladen gehen und ein Fahrrad kaufen, weil es muss kein Leasing sein. Und Leasing ist halt immer ja irgendwo auch noch mit einem Zins und Gebühren drin. Also weiß ich jetzt nicht, gibt es sicherlich auch gute Angebote, aber du kannst auch einfach ein Fahrrad kaufen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einem Mitarbeiter sagen, ey, statt eine Gehaltsählung von 5.000 Euro oder Bonus, was auch immer es ist, gehen wir ja morgen zusammen in den Fahrradladen, kauf dir für 5.000 Euro. Ich kann das bei mir komplett in der G&V Geld machen. Genau, ja, definitiv, ja. Geil. Und so habe ich mein Fahrrad, glaube ich, auch gekauft in meiner, sage ich mal, Holdingfirma. Da habe ich ein Fahrrad drin. Sehr gut, naja, alles richtig gemacht. Spannend. Okay, Nummer 7. So, dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Wenn man jetzt sagt, ey, Fahrrad, das ist nicht mein Ding, ich will einen Tesla. Dann ist das eigentlich auch ganz smart, weil, also muss kein Tesla sein, da kann natürlich auch ein VW-ID irgendwas sein oder so, also ein E-Auto, was wirklich nur elektrisch fährt. Und da gibt es jetzt auch eine neue Grenze, das darf bis zu 70.000 Euro kosten. Bis vor kurzem waren es noch 60.000, jetzt sind es 70.000. Und wenn das nur bis 70.000 Euro kostet, muss man, könntest du das jetzt eben als Unternehmen kaufen und sagen, hey, ich habe jetzt das Auto gekauft, auch wenn du nur im Homeoffice bist und gar nicht für uns betrieblich unterwegs bist, egal, du darfst das privat nutzen. Und da würde man halt sagen, naja, gut, der darf das, oder die Mitarbeiterin darf das privat nutzen, das ist ja dann auch wie ein Gehalt. Und da würde das Finanzamt natürlich dann erwarten, okay, das muss versteuert werden. Ein Prozent. Ein Prozent. Und ein Prozent ist halt, viele sagen ja, oh, dieses Dienstwagenprivileg, das muss abgeschafft werden. Aber ganz ehrlich gesagt, die Ein-Prozent-Methode ist eigentlich nicht sexy. Ja. Und deswegen gibt es aber bei E-Autos, um das zu fördern, eine Möglichkeit, dass man aus der Ein-Prozent-Methode eine 0,25-Prozent-Methode macht. Und das ist halt auch ganz cool, wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein Tesla mit ordentlich Ausstattung kostet 70.000 Euro, kostet dich im Leasing, keine Ahnung, 700 Euro. Das heißt, du gewährst ja den Mitarbeitern einen Vorteil von 700 Euro im Monat. Versteuern müssen die aber nur 175. Ja, und können dafür die Karre halt, oder das Auto, nutzen, wie sie wollen. Und damit auch echt viele Privatfahrten machen. Es ist völlig egal, muss nichts aufgezeichnet werden. Und das ist halt auch, also du rechnest ja immer so ein bisschen mit. Dann wären wir ja jetzt irgendwie bei 525 mal 12. Da sind wir jetzt schon irgendwie in so einem Bereich, wo man sagt, hey, das lohnt sich aber schon, ja. Und bei Hybrid ist 0,5 und bei E-Autos 0,25. Ja, genau. Bei Hybrid, das ist echt ein bisschen krass, finde ich. Also bei Hybrid ist es so, ich glaube, die müssen in der Lage sein, 60 Kilometer alleine mit der Batterie zu fahren. Jetzt gibt es ja da echt krasse Autos, ja auch, ihr habt gesehen, so Mercedes Maybach zum Beispiel, irgendwie für 200.000 Euro. Die fahren halt auch 60 Kilometer mit der Batterie, aber ganz ehrlich, das macht doch keiner. Ja, ja. Aber trotzdem sind die halt in dieser Begünstigung drin und du musst halt nur 0,5 Prozent versteuern. Aber bei dem 200.000 Euro Maybach ist das halt trotzdem viel Geld, ja. Voll. Also da kann ich auch nur empfehlen, unser Außendienstmitarbeiter hat nämlich auch gerade einen Dienstwagen bekommen und da sind wir dann auch vom, der muss viel Strecke fahren, vier Kilometer, da macht E-Auto an sich halt keinen Sinn, weil dann muss er ständig an die Zapfzäule, haben wir auch einen Hybrid genommen, nur dass er einfach weniger versteuern muss, weil das macht schon einen großen Unterschied. Aber wenn du sagst, das ist ein Außendienstmitarbeiter, dann lass den doch ein Fahrtenbuch führen. Wenn er jetzt wirklich für dich oder fürs Unternehmen viel fährt, ja, dann macht es ja vielleicht sogar Sinn, eher dann darüber zu kommen, aber gut, trotzdem wird der wahrscheinlich eine gewisse private Nutzung dabei sein. Genau, so haben wir es mit ihm gesehen. Tipp Nummer 8. Boah, lass uns mal über Familien sprechen. Oh, aber deine Übergänge sind schon gut, muss ich sagen. Ich habe ja keine Liste hier, dass ich jetzt nichts vergesse, was irgendwie noch mit Fahrzeugen oder so zu tun hat. Gehen wir mal zur Familie. Familie ist natürlich auch echt, da ist echt was möglich. Und zwar Werbung. Wie ihr wisst, haben wir mit Snogs letztes Jahr richtig losgelegt mit TV-Werbung. Darüber gibt es übrigens eine richtig geile Podcast-Folge aus dem Januar, deswegen da unbedingt mal reinhören. Wir haben allein seit letztem Juli 636.000 Euro bei TV-Werbung ausgegeben und haben echt viele Learnings gemacht. Die zwei wichtigsten sind folgende. Erstens, kleine nischige Sender wie Motor Vision funktionieren für uns deutlich besser als die großen, sehr bekannten Sender. Zweitens, es braucht gar keinen crazy aufwändigen Clip zu drehen mit irgendwelchen crazy Agenturen. Wir haben einfach unser UGC-Team genommen und haben die Ads, die schon von der Sinnhaftigkeit bei Meta, also Facebook-Ads, gut funktionieren. Die haben wir ins TV gebracht und das funktioniert wirklich richtig gut. Weil es letztes Jahr so geil funktioniert hat, versuchen wir gerade TV-Werbung so richtig für uns zu skalieren. Allein im letzten Monat, im März, haben wir schon 250.000 in einem Monat ausgegeben und unser Ziel ist, bis Ende des Jahres auf monatlich 500.000 Euro zu kommen. Für uns auch ein Learning, dass wir jetzt von Allgemein-Ads, wo wir einfach quasi die Marke Snogs bewerben, auf mehr produktspezifische Ads gehen. In dem Fall jetzt Boxer-Shorts haben bei uns extrem stark funktioniert, weswegen wir jetzt explizit Boxer-Shorts-Ads drehen und das dann auf den zwei besten Sendern für uns, Motor Vision und Auto Motorsport explizit ausspielen. Und das ist die Strategie, wie wir uns erhoffen, wirklich dann 500.000 Euro im Monat ausgeben zu können bei einem geilen Rohr. Aber nicht nur im Herrenbereich wollen wir Gas geben, sondern wir wollen auch den Damen-Sport-Bereich im TV platzieren. Also da müssen wir noch verschiedene Creatives ausprobieren. Bis zu zwei neue pro Monat laden wir hoch und insgesamt haben wir gerade elf verschiedene Ads live und versuchen so Step-by-Step das Budget nach oben zu bekommen. Auf diese ganzen verrückten Reise mit TV-Werbung werden wir von Kled2B unterstützt. Die waren übrigens auch mit im Podcast. Da könnt ihr nochmal ganz genau zuhören, wie wir das Ganze mit Kled2B zusammen gemacht haben. Wenn ihr das Ganze jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann geht jetzt auf Kled2B.com oder geht es einfach bei Google ein. Sagt, ihr kommt von uns, dann kriegt ihr einen geilen Preis. Werbung Ende. Also ich freue mich immer, wenn sich bei uns jemand bewirbt, der ein Kind hat oder die ein Kind hat, das in den Kindergarten geht. Weil ich natürlich dann als erstes sage, ey, ganz ehrlich, ich will ja die Kindergartenkosten bezahlen. Weil es halt steuerfrei geht. Also du kannst die Kosten für die Kinderbetreuung und sogar auch das Essen im Kindergarten steuerfrei gewähren, ja, als Gehaltsbestandteil. Und ich meine, ich weiß nicht, wie das so ein Mannheim ist, aber das sind ja mindestens so 200 Euro im Monat. Und es gibt ja wahrscheinlich so bestimmte Kindergarten, da ist es noch mehr. Also es gibt da eigentlich auch keinen wirklichen Deckel. Und eben bis zur Schule kann man das machen. Und wenn wir da das jetzt nochmal hochrechnen, sagen wir mal 250 Euro im Monat mal 12, ja, da sind wir also auch schnell bei, oh, 3.000? 2,5, oder? Ja, 2,5 würde ich sagen. Ja, 2,5. Ja. Und, also das ist auf jeden Fall auch ein No-Brainer. Und manche sagen natürlich dann, oh, also wenn man dann so in den Gehaltsverhandlungen ist, was mache ich denn, wenn mein Kind zur Schule kommt? Dann fällt das ja weg, weil dann, ne, und da muss man natürlich dann eine Regelung finden, dass das Gehalt dann entsprechend dann auch steigt. Wenn dieses, wenn der Kindergartenzuschuss wegfällt, weil er eben nicht mehr, nicht mehr steuerfrei gewährt werden kann, weil das Kind einfach in die Schule kommt, ja, die Kosten nicht mehr. Also könnte ich jetzt morgen in unseren allgemeinen Slack-Channel schreiben, ey, wer von euch hat ein Kind, der kann gerne auf uns zukommen? Das Problem ist, du kannst halt wieder nicht umwandeln, da müsstest du halt bereit sein, da auch eine Gehaltserhöhung zu bewähren. Okay, aber dann könnte man ja ein Deal mit dem Mitarbeiter hinmachen, du kriegst, wir zahlen das jetzt und dafür verzichtest du beispielsweise auf die nächste. Also bitte auch, wenn unsere Mitarbeiter hinzuhören. Wenn dein Betriebsprüfer gerade zuhört, der wird das vielleicht nicht so cool finden, also da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, dass das legitim ist. Ja, genau, also da gibt es sicherlich dann, es darf ja nicht umgewandelt werden und ja, da muss man schauen. Kindergarten und das Essen geht, aber Schule kann ich gar nichts machen? Nee, Schule ist dann vorbei. Es gibt jetzt eine neue Regelung, wenn man auch so Babysitting im Haushalt, das ist jetzt auch möglich, ja, wenn man einen Babysitter beauftragt, das könnte man auch übernehmen, hat ja, das kommt so ein bisschen aus der Corona-Zeit, wo ja wirklich auch Kindergarten zu waren und so. da gibt es auch eine Möglichkeit, das zu erstatten, die Kosten zum Beispiel, steuerfrei, das ist also auch ganz, ganz nett. Und kann man das immer nur bei Vollzeitleuten jetzt oder auch bei 450 oder inzwischen 538 bei allen? Ja, das ist natürlich auch, also ich sage mal, wenn man jetzt verheiratet ist, ist es oft so, dass die Ehepartner irgendwie bei der oder dem anderen, wenn er jetzt oder die Unternehmer ist, irgendwie noch angestellt sind. Und warum? Weil natürlich diese Minijobs erstmal schon gut sind, das ist ja brutto gleich netto, und so. Und zusätzlich kann man diese ganzen 18 Punkte auch noch mit hinzufügen. Versteht. Also das geht natürlich, ja. Machen dann viele, wir machen jetzt mal ein theoretisches Szenario, eine, sage ich mal, ein Mann und eine Frau verheiratet, der Mann hat eine Firma und dann stellt er die Frau an und dann können die quasi ihre, von den gemeinsamen Kindern, sage ich mal, die Kindergartenkosten in die Firma bekommen. Ja, das wäre möglich, genau. Man muss so ein bisschen aufpassen, da gab es letztens ein Urteil, ich glaube, das war ein Zahnarzt, der hat seiner Frau einen Dienstwagen gestellt und hat den dann, ich weiß gar nicht, ob der den begünstigt bestört hat, auf jeden Fall hat er gesagt, komm, die macht hier irgendwas, die kriegt nur einen Dienstwagen und sonst nichts. Und das hat das Gericht verworfen, weil die halt gesagt haben, hey, einerseits hast du nicht nachgewiesen, dass die Frau ja wirklich irgendwas macht und es ist einfach unüblich, dass man nur einen Dienstwagen bekommt. Also man muss sich da, glaube ich, schon so ein bisschen Mühe geben nachzuweisen, dass die Partnerin oder der Partner da im Unternehmen ein bisschen was mithilft, Verwaltungsaufgaben und so, aber machen wir uns mal nichts vor, in der Regel ist es ja wirklich so, dass die Ehe, wenn die ist, die Ehepartner sich da echt unterstützen. Die müssen viel zuhören, viel Gelaber haben. Ja, ob man das jetzt vergüten kann, weiß ich nicht, aber klar, Sparringspartner als Arbeitsplatzbeschreibung auch nicht schlecht. Schaffen wir noch zwei, drei Tipps, hast du dir noch im Kopf? Also sind wir jetzt schon in dem Bereich, wo es jetzt darum geht, dass wir die Besten noch rausholen? Okay. Also wir haben jetzt acht Tipps, wir haben jetzt Familie gehabt, wir haben jetzt noch, sage ich mal so um die zehn Minuten, jetzt würde ich sagen. Okay, okay, dann also Erholungsbeihilfe sollte man machen, das ist nicht viel, das sind 156 Euro, die man pro Jahr mit zuschießen kann zu einem Urlaub und das Gute ist, es muss nicht mal irgendwie jetzt ein Urlaub im Ausland sein, du kannst auch zu Hause Urlaub machen und dann könnte man halt einfach sagen, hey, ich schieße als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin 156 Euro dazu, wenn du verheiratet bist nochmal 104 und wenn du ein Kind hast, je Kind 52 Euro. Kommt einfach steuerfrei bei den Mitarbeitern an und der Arbeitgeber zahlt auch wieder so eine pauschale Steuer. Wie viel ist die? Ja, auch 25 Prozent sind das. Aber auch geil. Ja, also am Ende zahlst du nur ganz wenig mehr, als du sonst eh gezahlt hättest und es kommt halt steuerfrei an und es gibt so einen Sechsmonatszeitraum, also irgendwie drei Monate davor oder drei Monate nach dem Urlaub muss man das auszahlen. Also das ist eigentlich, du kannst das eigentlich immer auszahlen. Ja, aber der hat ja sicherlich zweimal im Jahr Urlaub, also das ist eigentlich nicht das Thema und man muss halt im Lohnkonto irgendwie aufzeichnen, hey, der war oder die war in der Woche im Urlaub und dann, ne, also das ist halt wirklich auch was, das sollte immer mit drinstehen. Krass, also im Optimalfall sind es dann, wenn jemand verheiratet ist, sag ich mal, im Schnitt zwei Kinder hat, dann sind es was, 400 Euro noch? Nee, 356. 356 kommt man glaube ich mit verheiratet und zwei Kinder, ja. Auch, und das einfach, geil. Ja, 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 Okay, also dann machen wir jetzt nochmal Schnelldurchlauf. Nummer 8, okay. Ja, ja, ich fasse jetzt mal so ein paar Tipps zusammen. Das ist eigentlich krass in Deutschland, ja, dass eigentlich das Arbeitsverhältnis am meisten belastet wird. Deswegen sollte man versuchen, noch Rechtsverhältnisse mit seinen Mitarbeiterinnen hinzubekommen, die nicht Arbeitsverhältnis sind. Jetzt bin ich gespannt, das hört sich ganz wild an. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt auch viel mit Homeoffice arbeitest, dass du halt sagst, hey, ich habe leider kein Office dort, wo du wohnst, aber ist nicht schlimm, ich miete einfach dein Arbeitszimmer an. Du bist mein Vermieter jetzt und ich miete das Arbeitszimmer von dir an und dann kann man letztendlich, ja, muss man halt dann ausreicht, und wie hoch sind die Kosten, ja, kann man sicherlich 200, 300 Euro letztendlich zur Miete und anteilig, was eben auf das Arbeitszimmer entfällt mit erstatten. Problem ist nur, das Finanzamt ist da so ein bisschen skeptisch bei dem Thema und da muss man schon gute Gründe dafür haben, dass man eben zum Beispiel wirklich sagen kann, ich kann da einfach kein Büro mieten und der kommt sonst nicht und das würde ich auch noch dazu sagen, alles, was wir jetzt besprechen, da gibt es sicherlich auch Berufskollegen von mir, die da sagen, boah, ey, das geht so weit, da kommst du nie mit durch beim Finanzamt. Das kann auch alles so sein, aber man kann bei all diesen Punkten immer vorher so eine Anfrage, das heißt Lundsteueranrufungsauskunft beim Finanzamt stellen, kann sagen, hey, das will ich machen, bist du fein damit oder mache ich hier irgendwie was Verbotenes, ja, also alles, wenn jetzt manche sagen, boah, das geht eh nie durch, dann fragt halt vorher beim Finanzamt an über diesen Weg, also das ist überhaupt kein Thema, das ist sogar kostenlos. Ich sage, dieser Podcast wird der meistgeteilte Podcast, weil alle das ihren eigenen Steuerberater zuschicken und sagen so, ey, Minute 23, können wir das bitte machen? Oder eben auch jetzt den Arbeitgeberinnen oder so einfach dann, hey, ich will lieber sowas als Gehalt haben, ja. Dann, also wir hatten jetzt, man soll was bei den Mitarbeitern mieten, man kann halt zum Beispiel auch sagen, was ist da so realistisch, 100, 200 Euro? Da kommt halt drauf an, wie viel Kosten, wenn das jetzt ein riesen Homeoffice-Arbeitsplatz ist, ein riesen Zimmer, ja, dann ist es natürlich anders möglich, als wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Arbeitsecke in der Küche ist. Nehmen wir mal Dennis und Moritz, die zwei machen ja unseren Podcast, was könnten wir denen realistisch sagen? Die brauchen natürlich fünf Bildschirme daheim, um alles zu kacken, das ist auch, kannte ich jetzt, Dennis und Moritz jeweils, 200 Euro im Monat. Besonders spannend ist natürlich, wenn man, also da würde, glaube ich, die Chance, das durchzubekommen, nochmal deutlich steigen, wenn das zum Beispiel auch noch so ist, dass man sagt, hey, du sollst aber dann in deinem Homeoffice auch bestimmtes Equipment aufbauen und für mich vorhalten, ja, wenn man also da wirklich auch sagt, ich erwarte von dir, dass du für das Unternehmen da auch bestimmte Dinge vorhältst, dann ist das nochmal aus meiner Sicht eindeutiger als. Also 200 Euro können wir, kriegen wir hin oder eher 100? Naja, die Sache ist, die Mitarbeiter müssen das dann, die sind ja dann Vermieter in dem Moment, die müssen das halt, diese Einnahmen auch versteuern und da sollte man natürlich schauen, dass die auch entsprechende Kosten haben, also ihre Miete, ihre Stromkosten, pipapo und das halt gegenrechnen können. Also da kann man einfach so ein bisschen schauen, was haben die eigentlich selbst für Kosten. Du merkst, ich will dich fest nagen, 100 bis 200 Euro? Na klar, also ich meine, was kostet so eine Miete hier? Wir können ja mal hier ins Off fragen, ein Tausender muss man da bestimmt ausgeben, also konnte man sicherlich schnell auf 200 Euro, 200 Euro ist da sicherlich drin, ja. Viele Sachen, muss ich sagen, jetzt für Remote-Leute, das ist geil. Ja, ja, genau, genau. Es gab immer so einen Trick, nur nochmal um das abzuschließen, da haben dann Unternehmen Werbeflächen bei ihren Mitarbeitern gemietet. Okay. Das ging dann so weit, das war echt ein bisschen krass. Die haben dann einfach den Kfz-Schildhalter gemietet und haben da den Firmennamen drauf gedruckt und haben gesagt, ey, dafür zahle ich dir 200 Euro im Jahr. Und da sind die Gerichte mittlerweile deutlich skeptischer und haben halt gesagt, ey, komm, ganz ehrlich, du würdest auch keinem anderen 200 Euro dafür zahlen, dass er mit so einem Ding ist. Aber das, also das kann man trotzdem mal so im Hinterkopf behalten, hey, gibt es irgendwas, wo ich vielleicht irgendwem auch... Aber auch das Auto an sich, wenn unsere Mitarbeiter alle jetzt... Ja, genau. Fettes Logo drauf, warum nicht 200 Euro dafür im Jahr zahlen? Ich glaube, das müsste man durchbekommen. Ja, also dass man Werbeflächen bei den Mitarbeitern mietet, ist zum Beispiel noch so ein Thema. Oh, es schaut mich an, auf deinem Auto kommt und ich wollte es nur drauf machen. Ja, okay. Angesichts der Zeit will ich jetzt noch... Achso, nochmal dazu auch, Homeoffice-Kosten für den Internetanschluss zum Beispiel kann man auch erstatten. Allerdings gibt es da Grenzen. Das ist ja auch eigentlich krass, die Leute sind im Homeoffice, die machen da ihre eigenen Internetanschlüsse und so. Stimmt eigentlich. Ja, und stellt man sich die Frage, hey, kann ich denen das nicht erstatten? Und da gibt es so eine Regel, dass man sagt, okay, du kannst 20 Prozent von den Kosten, die wirklich anfallen, erstatten bis zu 20 Euro im Monat. Das heißt, wenn jemand 100 Euro Kosten für sein Internetanschluss, Telefon, Pipapo hat, kannst du 20 Euro steuerfrei erstatten. Die meisten haben eher nicht 100 Euro Internetkosten, deswegen ist es ein bisschen weniger und dann kommst du vielleicht auf 10 oder so. Aber immerhin, warum die 10 Euro nicht mitnehmen? Ja, sind wir auch wieder bei 120 im Monat. Und deswegen mag ich den Christian, der ist pragmatisch, aber trotzdem im positiven Gemeinden kleinlich so. Er weiß alles. Das ist nicht stark. Ja, vielen Dank. Aber eigentlich total bescheuert vom Finanzamt, 20 Prozent nur Nutzung. Wenn ich mir überlege, so der Arbeitsalltag von einem Standard Remote bei uns, der arbeitet wahrscheinlich seine acht, neun Stunden am Tag, ist da dauerhaft im Internet. So eigentlich ist es ja eher andersrum, dass 70 Prozent, mal mindestens 50 Prozent der Internet-Traffic sein, nutze wahrscheinlich. Jetzt kommst du wieder und legst natürlich noch einen drauf. Richtig gut. Richtig guter Hinweis, weil wenn das nämlich so ist, dass du sagen kannst, hey, ganz ehrlich, der ist hier zehn Stunden am Arbeiten und guckt abends noch zwei Stunden Netflix und sonst macht er eigentlich nichts, dann hast du ja eigentlich von zehn Zwölftel der Nutzung ist beruflich. Und dann musst du halt so eine Art für einen Zeitraum von drei Monaten ein Fahrtenbuch, ich nenne es mal so, für deinen Internetanschluss führen. Und dann kriegst du es auch hoch? Genau, dann kriegst du es auch hoch. Und das ist natürlich eine Dokumentationsfrage, die ist ein bisschen mühselig. Aber wenn man stechen muss, sage ich mal, wenn die sich bei uns in Person ja eh einloggen, sagen, unseren Kalender, du hast die ganze Zeit called. Ja, also ist eigentlich auch möglich, ja. Muss man, ist eine Frage der Dokumentation und dann könnte man natürlich auch mehr der Kosten erstatten. Eigentlich auch cool, ja. Wir sind jetzt, ich komme langsam auch in den Strauchen, weil wir sind bei elf, zwölf, so was? Der hätte jetzt aber nicht mitgerechnet, ja. Noch einen letzten würde ich machen und dann machen wir mal so ein bisschen Fazit, was man jetzt wirklich konkret machen sollte. Da gebe ich dir noch mal 2000 im Jahr. 2000 im Jahr, richtige Marktschreier hier. Das ist aber wirklich, ohne Mist, das ist total underrated und wird aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt. Das ist das Thema Unternehmensbeteiligung. Jetzt würden viele natürlich sagen, hey, keine Ahnung, Snogs ist zwar ein großes Unternehmen, aber ihr seid noch nicht an der Börse oder irgendwie. Was soll ich mit Unternehmensbeteiligung? Bin ich eigentlich zu klein für? Aber das ist echt ganz cool geregelt. Da wurde die Grenze jetzt auch erhöht von 1440 Euro auf 2000 Euro. pro Jahr kann man Unternehmensbeteiligung an Mitarbeiterinnen vergeben. Jetzt ist das Coole, es gibt so ein Gesetz, wo halt drinsteht, was sind alles Mitarbeiterbeteiligungen? Da würde man jetzt als erstes an Aktien oder so denken. Aber der Katalog ist richtig lang. Also es ist zum Beispiel auch ein Darlehen einer Mitarbeiterbeteiligung. Das heißt einfach, ich verspreche dir 2000 Euro, aber die kriegst du jetzt nicht sofort, sondern meinetwegen in zwei Jahren. Ist ein Darlehen, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat dann einfach einen Anspruch gegen das Unternehmen. Ich kriege in zwei Jahren noch Geld von denen. Das ist ein Darlehen, das wird verzinst in der Zeit und könnte man zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, man will sogar noch was für die Motivation machen, es nennt sich ein Darlehen, wo der Zins einfach vom Erfolg des Unternehmens abhängt. Kann man zum Beispiel sagen, es gibt einen festen Zins von drei Prozent und wenn wir das, das, das Ziel erreichen, sind wir bei fünf, wenn wir das, das, das erreichen, sind wir bei zehn. Wäre denkbar, dann kannst du das halt einfach machen. Kannst sagen, ich kriege jetzt, ich weiß nicht, es gibt ja immer Bono, Bonus und so überall, sagst halt nicht, hey, dieses Jahr gibt es nicht 2.000 Bonus, sondern wir machen dieses Modell, ihr kriegt alle dieses Darlehen, das kriegt ihr in zwei Jahren auf jeden Fall ausgezahlt, diese 2.000 Euro. Das muss ich mir auch aufschreiben, das finde ich geil. Und das ist halt so ausgestaltet, dass wir das bis dahin für euch verzinsen, das ist halt auch cool, dann sind die Mitarbeiter auch noch Darlehensgeber, du zahlst ihnen kein Gehalt, sondern Zinsen und die meisten haben ja auch noch den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro nicht ausgenutzt, das heißt, die Zinsen können die auch nochmal steuerfrei vereinnahmen machen können. Du kannst jetzt nicht sagen, nur den Führungskräften oder den Menschen. Du kannst natürlich schon differenzieren und sagen, hey, die Führungskräfte kriegen zwei und alle anderen kriegen 500 Euro Bonus in dem Modell. Das ist schon möglich, du kannst da differenzieren, aber es müssen zum Beispiel auch dann alle die Chance haben, hey, ich finde das so gut, ich will mein Gehalt umwandeln. Das geht in dem Modell auch, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, das ist ja richtig cool, was ihr da aufgesetzt habt, ich verzichte auf 1.000 Euro von meinem Gehalt und will dafür lieber diese Unternehmensbeteiligung von dir haben. Ja, also das ist wirklich was, also wenn ihr das noch nicht habt, dann müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Deswegen haben wir dich ja. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn man dann das wirklich extrem machen will, dann so, also ich schließe jetzt ab, das ist wirklich der letzte Punkt und das ist wirklich nochmal deutlich höher an Vorteil, den man erzielen kann. Da kommt man bis zu 3.600 Euro pro Jahr nochmal. Das ist das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und ganz ehrlich, wenn ich das ausspreche, da schäme ich mich eigentlich selber für, weil das ist eigentlich nicht sexy. Da denkt man sofort, oh, Versicherungsvertreter, da kommt einer, da musst du irgendwas machen. Gerade die Woche wieder bei uns im Office, BAV. Genau, so. Und wenn du einen, also Versicherungsvertreter sind cool, aber wenn ich mit welchen spreche und so, das Erste, was die sagen, hast du schon eine BAV und hast du schon eine Cyberversicherung? Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich das lukrativste dort. Und PKV. Und so, wie läuft das ab normalerweise? Du zahlst halt das Geld dahin, das geht in irgendeine Versicherung, ist weg, du siehst das Geld nie wieder und kannst nicht damit arbeiten. es gibt aber auch echt einen coolen Weg, also das ist echt so ein bisschen komplizierter als alles, was wir jetzt besprochen haben, das ist das Thema Unterstützungskasse. Da könntest du auch sagen, ich zahle das ein, kann aber als Unternehmen weiter mit dem Geld arbeiten. Da gibt es Lösungen, wie das geht. Da muss das nicht in irgendeinem Versicherungsfonds eingezahlt werden, sondern du kannst mit dem Geld weiter arbeiten und kannst zum Beispiel sagen, ja, ich weiß nicht, wie eure Rendite ist, aber die ist sicherlich höher als 5 Prozent, wenn ihr das für euer Business einsetzt. Und was halt auch cool ist, man kann das zum Beispiel so ausgestalten, dass du diese Altersvorsorge den Mitarbeitern gibst, aber die haben erst einen Rechtsanspruch darauf, wenn die mindestens noch drei Jahre bei dir sind. Also kannst du auch so ein bisschen dafür sorgen, dass das so als Anreiz ausgestaltet wird, dass einfach, ja, ich gebe dir das hier und du kannst da, ich zahle das immer schon für dich ein, aber wenn du vor drei Jahren gehst, sorry, dann fällt alles weg und du hast einen Rechtsanspruch darauf, das von mir zu bekommen, wenn du in der Rente bist, erst wenn du mindestens drei Jahre hier gearbeitet hast. Finde ich zum Beispiel super cool und es ist halt auch so, dass dann jedes Jahr die Bescheinigung von deinem Unternehmen ausgestellt wird und nicht irgendwie von der Allianz oder so kommt. Also ich finde das eigentlich auch super cool, aber es ist ein bisschen komplizierter, weil da muss man dazu sagen, dass es jetzt nicht so, was man mal schnell mit zwei, drei Seiten Unterschriften dann geregelt bekommt. Aber vielleicht trotzdem interessant. Spannend. Jetzt haben wir irgendwie 14 Tipps gemacht, vier fehlen noch, aber das machen wir gleich, kann man dann bei dir direkt nochmal bekommen. Ja. Können wir uns irgendwie darauf festlegen, jemand arbeitet bei Snogs und kriegt 50.000 und wir sagen, von den 18 Sachen, Maßnahmen haben wir gar nichts umgesetzt. Stimmt nicht, wir haben einige umgesetzt, aber bei weitem nicht irgendwie 18. Ich würde sagen, so 5, 6 haben wir, wenn ich das jetzt so gehört habe. 50.000, dann würde er bei uns netto wie viel bekommen ungefähr? Da kommt vielleicht dann 30 raus. 30? Also das ist jetzt nicht ausgerechnet. Grob, ja, ja. So grob. Wie viel, wenn man alle 18 umsetzt und euer Arbeitsvertrag sieht ja lang aus, wie viel würde dann im Vergleich rauskommen? Sind es 35? Sind es 38? Was würdest du sagen? Ja, also da kannst du bestimmt, also wenn du wirklich alles machst mit hier diesen 10.000 Euro und 2.000 Euro und so. Alles in einer theoretischen Optimalfall, alles durch Optimalfall. Also dann hast du, hast du, denke ich, schon knapp 10k mehr, die da irgendwie. Was ja Wahnsinn ist. Ja. Also 10k netto mehr, ja. 800 Euro im Monat, Wahnsinn. Vielleicht noch ein Disclaimer, das wurde mir auch immer so ein bisschen vorgeworfen, hey, denk doch auch mal an die Absicherung von den Mitarbeiterinnen, ja. Was ist jetzt, wenn die in Rente gehen, dann kriegen die ja weniger Rentenpunkte, weil du ja sozusagen das Geld nicht in die Rente einzahlst oder wenn die arbeitslos werden, kriegen sie weniger arbeitslosengeld. Das mit dem arbeitslosengeld, finde ich, ist ein echtes Argument, das muss man halt wissen. Aber mit der Rente, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde immer sagen, hey, ich lege doch das Geld viel lieber selber an. 100 Prozent. Als dass ich das irgendwie der Rente gebe, wo ich genau weiß, das ist in 20 Jahren, muss das eh total reformiert werden, das kann nicht funktionieren. Deswegen, also das muss irgendwie jeder wissen, dass das natürlich schon ein Punkt ist, den man kennen sollte, aber lieber das Geld halt selber anlegen, ETF-Sparplan fertig und du bist ja auch, glaube ich, auch Banker ehemaliger. Also da kann man ja gute Sachen machen, ja. Ich glaube, die Rentenverzinsung ist bei 1, 2, 3 Prozent in dem Ding und irgendwie DAX, ETF, historisch 6, 7 Prozent, wenn man irgendwie amerikanisch schaut, also safe. Lieber, bevor es die Rentenkasse das Rentengeld für mich anlegt, mache ich es lieber selber. Deswegen bin ich auch ausgedreht. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir viel durchgeboxt. Wenn jetzt jemand hier zuschaut, zuhört und sagt, fuck, ich finde das geil, ich will das machen, aber so alleine traue ich mir das nicht zu und mein Steuerberater ist ein bisschen eingestaubt, der schafft das auch nicht. Könnt ihr noch Kunden aufnehmen oder seid ihr voll? Ja, nee, also wir sind ja eine Online-Kanzlei, das heißt, wir sind ganz Deutschland tätig, das funktioniert auch richtig gut, haben schlanke Prozesse, alles läuft easy und so. Das heißt, wir haben auch viele Steuerberater, wir sind echt gut aufgestellt, so dieses Thema auch, ich finde keinen Steuerberater mehr, kann ich irgendwie gar nicht verstehen, weil wenn man, nee, guck mal, wenn du weißt, ich kann jetzt nicht eine private Steuererklärung für jemanden machen, der da irgendwie, oder für einen Rentner oder so, das machen wir gar nicht, wir machen halt nur Unternehmer, dafür wissen wir halt genau, wie es läuft und so, und da kann sich natürlich gerne, also bei uns melden, Wo kann man sich melden, diese Domain? Ja, steuerberat10.de, ja, also nicht berat10.de, einfach mal draufschauen und da kann man eine Anfrage stellen und dann können wir uns da gerne mal drüber unterhalten. Kann ich wirklich nur empfehlen, wir machen gerade sehr viel mit Christian zusammen und optimieren sowohl, sage ich mal, sämtliche von verschiedenen Unternehmen, die Steuer, als auch bei ein paar kniffligen Punkten unterstützt. Deswegen hier nochmal live und in Farbe, vielen, vielen Dank dafür, für die ganzen Support, ganz unkompliziert. Letzte Frage, was hast du für die Domain steuerberaten.de gezahlt? Ja, ich hatte Glück, das hat der damalige Unternehmensgründer, wir waren ja der allererste Online-Steuerberater auf dem Markt, die allererste Kanzlei, die gesagt hat, hey, wir müssen das nicht mehr vor Ort mit Ordnern machen, wir machen das online, das war 2006, kam die Idee auf und der war halt echt ein bisschen visionär und war halt auch schnell darin, die Domain zu graben, also wir haben die nicht gekauft, die war also sozusagen First Mover registriert und es gibt übrigens auch bald rechtsberaten.de oder rechtberaten.de, wir wollen da also auch noch ein bisschen die Wertschöpfungskette erweitern, das ist auch ganz spannend, geht jetzt bald los. Wie viel habt ihr dafür gezahlt? Das war halt auch, die hatten wir auch, die hatten wir noch, aber wir haben zum Beispiel rechtsberaten noch dazu gekauft, einfach damit, und da haben wir 15k bezahlt. Okay, geht. Was würdest du sagen, steuerberaten.de, für was könntest du es heute verkaufen? Also nur die Domain? Boah, ganz ehrlich, ich denke mal, so eine Frage müsste ich eigentlich an dich zurückgeben, weil du ja bei solchen Themen eher der Experte bist. Also ich weiß es nicht, ich würde vielleicht, also wenn ich jetzt mal sage, nur die Domain, würde ich vielleicht sagen, 50k? Ja, ich glaube viel mehr. Ja, meinst du? Ich glaube, diese kompletten Domain-Hypes sind vorbei, wie früher Fahrrad.de und so, die sind ja für Millionenbeträge, aber steuerberaten.de, und ich sage mal, das ist ja auch ein Berufsheld, wo tendenziell auch gute Margen sind. Das meine ich gar nicht, das ist wirklich nicht oder schlecht, aber tendenziell ist ja jetzt nicht wie andere Branchen, wo man sagt, boah, selbst wenn du Umsatz machst, damit Geld zu verdienen schwer, so würde ich das jetzt nicht behaupten beim Steuerberat. Also ich würde eine halbe Million hätte ich jetzt aus dem Bauch gesagt. Ach du Scheiße, da lade ich dich nachher ein. Sehr gut, sehr gut. In dem Sinne, geht auf steuerberaten.de, schaut bei Christian vorbei. Danke für deine 14, 15 Tipps hier. Ja, super, gerne. Ja, vielen Dank, ich freue mich drauf auf euren Kontakt. Super, danke, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.